Ah, da ist sie endlich, der Xbox Series X. Ich bin so aufgeregt. Hier schön, Power Your Dreams. Ach, geil. Geiles Cover mit dem Chief. Besser wäre es natürlich nur noch gegangen, wenn der Master Chief selbst die Konsole eingeläutet hätte. Generation eingeläutet hätte. Ah, hier ist das gute Stück. Die Konsole selber. Die ist ganz schön groß. Mama mia. Vorsichtig. Nochmal hier, Power Your Dreams. Oh, wow. Hier ist der sexy Teil. Die ist ganz schön groß und schwer. Xbox Series X. Geil. Ich hoffe, von dem Winkel erkennt man noch einiges gut. Hier unten auch wieder Hello von Seattle. Ach, das Schmuckstück. Darauf haben Xbox Spieler oder Gamer generell so lange gewartet. Und jetzt ist es endlich da. Geil. Der Controller der nächsten Generation. Wow. Ich finde, dass man hier unten auch das vom Elite beibehalten hat. Für Kampffspiele und so ist das optimal. Hier ist jetzt da auch der Share-Button. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus zum Teilen. Das HDMI, das Spezial-HDMI-Kabel. Oh, das würde mal an der Gaming-Ecke verdammt gut aussehen, die Konsole. Das Stromkabel. Auch jetzt Standard. Ja, und dann sind nur noch die Papiere. Oh, da ist hier noch irgendwas anderes dabei. Nein, das war's. Hier ist noch was, wie man die anschließt und aufbaut. Irgendwas mit einer App. Geil. Da wird dann die ganze Nacht durchgesuchtet. Cool.